Prinz Harry plus Herzogin Mekhan, bestätigt. Lilibet getauft, und ist offiziell Prinzessin. Seit Monaten wird spekuliert, ob die kleine Lilibetianer Mountbatten-Winser 1, mittlerweile getauft wurde oder nicht. Zeremonien in Großbritannien sowie in den USA waren im Gespräch. Doch Prinz Harry, 38, und Herzogin Mekhan, 41, ließen die Öffentlichkeit über Details zur Taufe ihrer Tochter im Dunkeln, bis jetzt. Wie nun People berichtet, fand die Taufe der kleinen Royal am vergangenen Freitag. 3. März 2023, im Haus der Sussexes in Montecito, Kalifornien, Stadt. Ein Sprecher des Paares bestätigt dem US-Magazin, ich kann bestätigen, dass Prinzessin Lilibetianer am Freitag, den 3. März, vom Erzbischof von Los Angeles, Pfarrer John Taylor, getauft wurde. Anführungszeichen. Bei diesem Statement fällt ein Detail natürlich sofort ins Auge, Harrys und Mekhans Tochter trägt nun offenbar offiziell einen Prinzessinnen-Titel. Nachdem Großvater Charles nach dem Tod von Queen Elisabeth, 96, im vergangenen September Monarch wurde, erhielten Archie, 3, und Lilibet nach den von König Georg V. im Jahr 1917 aufgestellten Regeln den Titel eines Prinzen und einer Prinzessin. Bisher wurden diese Titel jedoch nicht öffentlich für sie verwendet. Laut Insidern sollen bei der sehr privat gehaltenen Feier lediglich eine Handvoll Gäste anwesend gewesen sein. König Charles, 74, Königin Camilla, 75, Prinz William, 40, und Catherine. Prinzessor Fales, 41, seien trotz Einladung nicht dabei gewesen, heißt es zu den zwischen 20 und 30 geladenen Gästenzelten dem Nachhaber Mekhans Mutter Doria Rackland. 66, Lilibs Patenonkel Tyler Perry, 53, und eine nicht genannte Patin. Filmproduzent Tyler Perry war für die Zeremonie angeblich von seiner Heimat in Atlanta mit einem 10-köpfigen Gospelchor angereist. Der mit Oh Happy Day und This Little Light of Mine ein Lied, das auch bei der Hochzeit der Susexes gespielt wurde, für Gänsehautmomente sorgte. Im Anschluss an die Zeremonie feierte die kleine Familie laut People noch mit ihren Gästen bei Essen und Musik. Archie soll mit seiner kleinen Schwester getanzt haben, enthüllt ein Insider ein süßes Detail. Verwendete Quellen, Twitter.com, People.com Verwendete Quellen und Schauspiel Weil sich die Zeremonie an älteren von der нов war Th ακumat-e Lied, das auch in dich! Verwendete Quellen mich, dass ich immer wieder Verwendete Quellen wir zu – ich du dich – dass sich die Lume sind und man sich die Lumea also schützt. und bei uns gar nicht! Und wir so schnell schützt! Wir sind ein Süßes-Liebe. Wir sind ein Süßes-Liebe. Wir sind ein Süßes-Liebe. Wir sind ein Süßes-Liebe! Wir gar nicht! Wir sind ein Süßes-Liebe. Wir sind die Süßes-Liebe! Wir sind ein Süßes-Liebe! Bis zum nächsten Mal.